Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der dritten Zeugung der Aktion Pro Ski vom Liertensteinischen Skiverband. Aufgrund von Corona sind wir heute wieder mal dort zu Gast im LSV-Büro, in der Geschäftsstelle. Hinter uns läuft aktuell gerade der Parallel-Reiseslalom von Lech Zürs. Ein Athlet von uns wird heute auch am Start sein, das ist der Jan Gut. Und auch gestern bei den Damen haben wir schon eine Athletin am Start gehabt, und zwar Charlotte Link. Und sie hat ihre Sache sehr gut gemacht. Als Glücksfee assistiert mir heute meine liebe Arbeitskollegin Veronika Köb. Danke vielmals schon mal an dieser Stelle. Und wir zücheln heute zwei weitere tolle Preise. Das ist zum einen ein Naturalpreisset von TSG Technical Safety Gear und ein Barpreis von 3000 Franken. Wir würden jetzt gerade einmal zuerst gut durchmischeln und würden unsere Züchung vom ersten Preis machen. Das ist das Naturalpreisset von TSG. Das Los ist gültig. Es heisst, es ist zahlt. Das Los mit den Nummern 1360 hat das Naturalpreisset von TSG Technical Safety Gear gewonnen. Dem oder dieser Gewinnerin ganz herzliche Gratulation. Und wie immer wird er oder sie schriftlich für uns benachrichtigt. Wir tun jetzt das Los wieder in den Topf rein. Weil, wie ihr sicher schon wisst, nehmt jedes Lose an allen Züchungeteilen, auch wenn es schon mal gewonnen hat. Dann würden wir nochmal gut durchmischeln. Und dann würden wir uns gerade eine Züchung vom zweiten Preis machen. Das ist der Barpreis von 3000 Franken. Und auch das Los ist gültig. Das Los mit den Nummern 455 hat den Barpreis von 3000 Franken gewonnen. Auch dem oder dieser Gewinnerin ganz herzliche Gratulation. Und auch sie oder er wird für uns schriftlich benachrichtigt, wie immer. Ich danke euch ganz vielmals fürs Zuhören. Danke, Vroni, dir fürs Assistieren. Und jetzt drücken wir alle im Jahr nachher ganz fest die Daumen. Tschüss miteinander.